Und einfach nur ein weiblicheres Fifa 15. Mal schauen, mal schauen, ne? Vielleicht ist das ja... Du bist ja optimistisch mit Fifa-Sicht, ne? Ähm, ein bisschen. Ich hoffe einfach, weil ihr habt bis jetzt ein relativ gutes Spiel angekündigt. Need for Speed, Star Wars Battlefront 2. Vielleicht jetzt auch noch Fifa 16. Mal gucken. Star Wars Battlefront 2. Ja, ja, oder, was weiß ich. 3. 3, wusste ich doch. Ich glaube, sie nennt's... Ich weiß gar nicht, ich glaube, sie nennt das nur Star Wars Battlefront. LOL. Ey, jetzt darfst du mich nicht spoilern, hallo. Jetzt siehst du das früher. Star Wars The Old Republic. Ich finde jetzt gemeint, dass ich mich... Wo ist man, daumen nach oben? Ich weiß nicht, wie viel Geld die verdienen, die da nur lautet. Vor allem, die dann einfach nur rumstehen und so tun, als ob sie spielen. Hm. Klingt bestimmt mehr als ich in einem Jahr oder so. Das war's. Ich weiß nicht, wie viel Geld ist. Es ist nicht so, wie viel Geld ist. Ich weiß nicht, wie viel Geld ist. Aber es ist nicht nur auf uns. Wir brauchen Ihre Input. Wir hörenen zu Ihnen, Ihre Feedback, jede Woche. Wir hörenen zu Ihnen, Ihre Feedback, jede Woche. Wir hörenen zu Ihnen mehr Community-Members in unseren Studios, The direct conversation we have with you is where we can come together as players and game makers. The shared passion we have for play drives creativity in all our games, including the next two original IPs, we're about to show you. The first one is unlike anything else you'll see here today. A year ago I went to see this group called Coldwood in Northern Sweden. Es ist eine Erfahrung, die emotional und kreativität ist, auf einen kleinen Charakter mit einem großen Herz. Das ist Unravel. Okay, was sagen Sie da jetzt? Hallo, alle. Mein Name ist ... ... und das ist Yarny. Ich erzähle Ihnen alles über das in einem Moment. Aber lass mich erst sagen, dass es so großartig ist, hier an dieser Stelle. Ich bin so froh, aber zwei haben applaudiert. Ich bin der Kreativdirektor bei Coldwood. Wir sind ein kleines Studio, mit 14 Leuten aus Ömeå, in Nordrhein-Sweden. Und ich denke, dass Spiele wirklich kraftvolle Dinge sind. Sie haben die Möglichkeit, dich zu holen und dich zu bewegen, in einer Weise, die viele andere Artformen können. Und das gibt uns als Game-Makers eine bestimmte Verantwortung, ich denke. Wir sollten versuchen, mehr zu machen, als nur zu enttäuschen. Und Unravel wurde in diesem Sinne gegründet. Es wurde aus dem Nehmen, etwas persönliches zu machen. Ich war gerade vorspult, weil er so langweilig ist. Und zum Glück kommt das nicht am Ende. Dieser Typ erinnert mich irgendwie an den Mathe nachher für Lehrer. Der ist so toll, wenn sie dann... Der ist so toll, wenn sie dann... Der ist voll nervös. Der ist so ein bisschen leid. Der ist so ein bisschen leid. Und überrascht all diese Obstacles, die du gesehen hast. Und diese Probleme können einfach einfacher soluz. Wie, um dein Yarn zu schwingen über eine Gap. Oder, manchmal, Dinge werden eher komplexer. Wenn du nachher nach dem, entlang, unwindende Weave von Yarn, die hinter dir ist, du musst dich stoppen und fragen, wie du da bist. Es ist ein bisschen wie Leben. Ich meine, ich habe sicher nicht gesehen, mir hier heute noch nie, als ich mit Yarny in den Wald zwei Sommerer zu spielen. Aber hier bin ich. Und ich glaube, ich würde gar nicht stehen. Ich glaube, den nehmen sie gleich 100, sonst kippt er um, ey. Ja. Aber der tut mir echt ernsthaft leid. Der ist krass am Zittern. Ach komm, hast du gut gemacht. Ja komm. Der hätte wenigstens Seiya in der Hose. Ich hätte mich das nicht getraut. Ich auch nicht. Mal gucken, was das für ein Spiel ist. Ja, es ist ähnlich, finde ich, wie dieses Oriente Blind Forest. Hm. Wie süß. Und gar nicht schlecht. Finde ich sehr gut animiert. Ja. Finde ich sehr gut animiert. Ja. Hm. Hm. Pupfurtzig. Boah. der Hamster wo bist du gerade wenig der Fisch die Beweilung hinterher gezogen hat vor der Echtrichtig gut animiert also wenn es irgendwie unter 10 Euro kostet hol ich es mir das ist sicher ich glaube ich würde es mir auch für unter 20 Euro holen ja ja einfach nur für den Typen der da gerade auf der Bühne stand ja ich glaube diese Applaus gibt ihn jetzt nochmal so schön okay oh Gott Alter ist ja geil Plants vs. Zombies oh no nicht noch mehr Zombies gegen Pflanzen und Pflanzen gegen Zombies bald geh ich wieder ja ich kann mir das nicht weiter geben ey aber komm cool gemacht so ne Idee kann nur von EA kommen ja mal ein bisschen Unterhaltung muss ja auch sein ja guck mal hier schreibt gerade die Redaktion von Gamestar EA und der nervöse Entwickler von Unravel gewinnt gerade viele Herzen ja 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 das ist Plants vs. Zombies Garten Warfare 2 applaudiert sich selbst Alter komm Alter nächster bitte Garten Warfare 2 in 2014 it quickly became a runaway hit from people like me who play the game with their kids to the most competitive of gamers over 6 million players fell in love with this shooter that doesn't take itself too seriously now in Garten Warfare 2 Dr. Zomboss the evil genius leader of the Zombies has finally discovered a way to turn the tide of battle and take suburbia from the plants we put you in an all new world where for the first time in franchise history the plants are on the attack what's up guys and joining you in this new world are six crazy new character classes from the past, the present and the future ah Plants vs. Zombies that will introduce a new strategic layer of your battles now here to give you your very first look with a live gameplay demo producer Kyle Duncan creative director Justin Wiebe and members of the Garten Warfare 2 development team guys ooh yeah hello and welcome to Z-Tech Industries today we're getting our first look at a brand new map Zomboss factory built by Dr. Zomboss as part of his ongoing war effort to create Zomburbia today is not but the zombies are still the bad ones I don't know I haven't played it yet 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 but somehow the plants are a bit bad now look at the orange ones the orange ones yeah look not bad what's that 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 lol I'm playing the zombies how cool what's that i love it now we have something something new hm hm Riley is surprised seasons cool that's all okay some Das ist irgendwie so ein Call of Duty mit Pflanzen und Zombies. Ja, die COD ist auch wie Kiddies. Ne, da werden keine Menschen gebraucht, da werden nur Fenster gebraucht, das wird nur sein. Der eine spielt da schon wieder, wie cool. Ist das der Elvis Zombie oder was sehe ich hier gerade? War man mäßig. Ja, irgendwie. Ja, stimmt. Das ist so wie bei COD solche Wellen überleben, bei Zombie-Modus oder so. Nur weil du kämpfst gegen Pflanzen. Oh, richtig krasse Scheiße. Total. Muss ich unbedingt haben. Bestes Spiel 2016 jetzt schon. Oh cool, gewinnen, gewinnen, gewinnen. Guck mal, jetzt sollen die kleinen Kinder auch noch hier. Rückspielen. Ja. 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 Ich glaube. Ja, gewinnt man nochmal. The fuck. Abflussklasse oder was? Oh, ein bisschen bisschen. Ja. Oh. Sieht ja nicht sehr gut aus. Ah. Der erinnert mich jetzt irgendwie so an diesen einen LOL-Champ. Wie hieß er denn nochmal? Mich ein bisschen an Titanfall. Wer erinnert sich an wen? Ja, der, dieser Roboter, äh, dieser Roboter gerade hier, den er da spielt, erinnert mich irgendwie an so einen LOL-Champ. Wo ist die los? Oder wen? Ich weiß es nicht. Der Roboter, äh, also dieses Ding mit dem Haken. Der, 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 ach egal. Tschüss. Oh, bei mir steht der Stream gerade. Ja. Hallo. Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Nee, da gibt es, nee, da gibt es noch einen anderen, glaube ich. Der irgendwie so Feuer spucken kann. Rumble? Ja, genau. Mit der fuck. Ja, genau. Was ist das für ein Spiel? Holy shit. Die Musik braucht. Aha. Was überzeugt mich trotzdem nicht, dass der Korb... Ich freue mich lieber auf das, ähm, Tarare Update was kommt. Nrgh. Pfff. 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 Heutz, er ist sogar noch ein gutes Spiel. Lass raten, das Spiel kostet 60 Euro. Und es gibt noch eine Premium-Version, die 120 kostet. Pfff. Und DLC ist auch noch dazu. Ja, DLC ist, äh, pro DLC ist eine Map und eine Waffe, 10 Euro. Oh, ähm, das sind, äh, die Map und die Waffe brauchen, äh, 10 GB. Wie heißt? G- H- F- H- 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 Zukunftsgedönster Roboter und hier und da Ach, die gucken wieder 300 Tausend Leute zu hier Wie spät ist es denn eigentlich bei denen jetzt gerade? Na ja, was war noch nichts? Warte, wenn es hier 9 Uhr ist, das ist bei denen 0 Uhr Also nur 1 Stunde Ne, da ist es jetzt 1 Uhr mittags 1 Uhr mittags? Mhm Was war denn? Die müssen einfach um 7 Uhr aufstehen um da das richtig zu gucken um sich vorzubereiten auf das ganze und wir kommen zur Schule machen das und dies und sind wir hier auf diese all-neue Blut So, thank you und ich bis zum nächsten Mal What the fuck? Warte, zeigen die davon jetzt noch was? Sof Wo soll der mir eigentlich nicht ausrasten? Was ist das für ein schlechtes Spiel? Ja, echt Also, boah Oh, jetzt kommt NHL Echt? Ja Boah, weißt du was? Ich bin schon weiter Eishockey Eishockey Oder was NHL? I don't know Ich muss das anscheinend nochmal Alter, wie viele Leute ich gerade abgeschaltet habe 600 Leute oder so Kann ich das irgendwie aktualisieren? So versus Zombies Jetzt steht bei mir nur rechts live NHL Gehört? Was? NHL Okay Jetzt haben wir eine Aufmerksamkeit Spiel Alter, ich bin nicht professionell Eishockey spielen Boah, das find ich sogar professionell Wie die sich gegen die Bande hauen, ey Ich mag das irgendwie immer gern zuzugucken Das eine war bei den Freezers, das war so geil Ja, das war cool Aber ich will da nicht an deren Schritt stehen Nee, ich auch nicht Obwohl meine Mutter selbst mal gesagt hat Könnte es auch so ein geiler Eishockey-Spieler werden Oder Football Oder was weiß auch Was weiß ich Weil ich die alle umknocken könnte Boah, ich kenne auch so ein Der ist voll riesig und voll fett Oh, ein Golfspiel, geil Ein Golfspiel mit Frostbite-Engine Geil Hat er schon zu Ende geredet? Alter, ich muss mal... Wie schön das aussieht Ich mag das nicht, wenn du vor mir bist Okay, es sieht schon wirklich schön aus, das Golfspiel Muss man sagen Ja, das stimmt Das ist wirklich schönes Golf Sieht besser aus als GTA wieder ULTIMATE TEAM ULTIMATE TEAM MMM MADDEN Madden fand ich immer cool Oh, jetzt kommt FIFA Ultimate Team Das ist aber FIFA 15 die mann 3 ab 3 dieses 3 4 4 4 5 5 5 Ich würde mich aber eigentlich sogar fast darüber freuen, weil 2K Games, ich finde das scheiße. NBA 2K. Siehst du gerade Football? Ja. Okay. Jetzt kommt NBA, ne? NBA? Wir machen jetzt ein NBA Spiel, oder was? Habe ich das jetzt verstehen? Bitte, ne, ich weiß nicht schon immer. Ne, das war doch immer NBA 2K. Was ist das denn für ein Latten? Ne, NBA Live 14, NBA Elite 11, NBA Live 10. Okay, dann wusste ich das immer nie. Na cool, naja, jetzt weiß ich es. Die hatten auch jedes Jahr ein NBA. Okay. Aber es sieht doch nicht schlecht aus, irgendwie. Ja, ich hab irgendwie das Gefühl, die Spieler sehen scheiße aus. WTF? Ja, ich hab irgendwie das Gefühl, die Spieler sehen scheiße aus. Was ist das denn für einer? Was ist das für ein Neger? Ja. 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 Ich hab irgendwie das Gefühl, die Spieler sehen. Ja. Ja, wir werden das in den Spiel beitragen. Wir haben dich. NBA Live 16. Hits die Straße September 29. Und diese App wird abhängig, bevor das Spiel beginnt. Also, bereit, sich selbst zu freie Leute, wie ich. Der Hoop-Guard. Okay, Hoop-Guard. Danke für deine Hilfe. Okay, dann. Ja, raus. So, jetzt wieder mehr Geld willkommen. So, jetzt wieder mehr Geld willkommen. So, jetzt wieder mehr Geld willkommen. Das könnte ich gewesen sein. Nee, das. Haha. Und du kannst es nur in NBA Live finden. Jetzt, wenn du in der Spiel bist, kannst du dir selbst in der Art und Weise auswählen. Wie du wählst. Als du weiterentwickelst, kannst du die globalen XP erhoben von der ganzen Spiel, um deine Schwäge zu verbessern und deine Skillset verbessern. Jetzt schauen wir uns auf die Selbstbeziehung auf der Spiel. Wir sind laserfokussend auf dem unparallelnden Kontrollen und best-in-class-Animationen. Haha. Grab your swag. We spent two years building a physics-based player movement system called Live Motion. Now using an innovative approach to motion capture, we've literally created thousands of new animations. And paired with runtime physics, this result in contextual free-flowing movement. Na wenigstens benutzen sie diese Motion Capture. Nicht so wie bei Vollout der Hund. Wieso, was ist mit dem Hund? Der ist jetzt nicht mit Motion Capture gemacht worden, das sieht man direkt. So wie der sich bewegt. Oh, das Stream blackt voll bei mir. Ja. Weil halt mal Internet. Okay, die NBA Live-Spiele sehen echt besser aus als die NBA 2K-Spiele. Ich finde, in der Boden aufs Innen so welchen Spielen sieht immer voll rutschig aus, finde ich. so. So. So, dann kommen wir jetzt mal zum nächsten Thema. Ja. Ehrlich? Boah, ich geh kacken, dass der Betrenner... Da war's Bittles. Pfff. Der Stand da eben in 35 Minuten kommt das erst. Also jetzt in 25 Minuten oder so. We've never had this level of gameplay control before. Ja, wir hatten das noch nie, jetzt haben wir es, darum solltet ihr das Spiel kaufen. Es ist zwar fast das gleiche wie letztes Jahr, aber egal. Kanntest du überhaupt das Spiel letztes Jahr? Ja. Aber ich... Ich stell's mir vor. Aber ich find das schön, wie sich die Trikots mit rüberwegen. Ja, das Spiel sieht auch nicht schlecht aus. Geil. Pfff. Oah. Ich sag nur West Side. West... West Coast. West Coast. West Side. Und dann... Schlimmste. Könnt ihr gar nicht hören. Ich bin mir gar nicht angelassen. Natürlich. Natürlich zeigen sie da nur Neger. Im Hintergrund diese Witzen. Und du komische Mexikaner. hast rennen zurtitel. Also ugly Happy ngals mit einem Alter. Alter, du bist grad voll am Längen gewesen. Alter, Gabriel. Drop your Internet. My internet hat grad grad voll den我ens. Man merkt es, man... Ja, ja. Du droppst ja Internet. The fuck ist das denn für einer? Da war Kevin. Er war ein Asiate, der muss Kevin gewesen sein. Stimmt, wo ist der Junge eigentlich? Der hat Schlitzaugen und war gelb. Der muss Kevin gewesen sein. Oh, der Kevin's Wort. Oh, die ist voll spätig, die Scheiße. Oh, Scheiß-Wiefer. Ist jetzt wieder auf der 400 Euro. Da sind wir noch läge ich. Läge ich. Läge ich. Was hast du für einen Ping, der April? Geh mal auf TeamSpeak und guck mal, was du für einen Ping hast. Boah, ich hab auch gerade 100er. Was liegt an der Übertragung? 200. Ja, wird mehr von. Star Wars. Star Wars. Was ist das? Star Wars. Wenn auch für dieses Spiel muss ich mir... Oh, ne, nicht für das da. Aber ich muss mir für das neue, äh, Star Wars eine Grafikkarte kaufen. Die C3PO, der Eger macht alles kaputt. Was hat denn der für einen Scheiß an? Meine Mutter kam hier kurz einmal rein. Ich hab natürlich die Webcam an. Voll geil. Oh, ne, was hast du für eine Ping? Eine 50er. Ne, 49er. 50er. Oh, Minions, wie geil. Kommt, ist jetzt was bei dir? Ja. What the fuck? Was ist bei dir? Oh, das ist doch schon Kühlchen. Oh, was für binnerte Fiecher sind das? Oh mein Gott. Typisch Tim. Typisch Tim. The fuck? Titanic-like. Oh mein Gott. Oh, Bill. Look what you've done. Your buddies are furious and you've ruined this awesome vacation. In dir. You better do something, Rick. I think you'll need to do a little more than that. Hm. Jetzt, jetzt kriegt er Fetze. Hi, Bill. First things first, what paradise would be complete without a Tiki lounge? Jetzt kriegt er auf die Fresse. Jetzt kriegt er auf die Fresse. The fuck? Der ist wie so'n billiges Handyspielen. Das ist doch billiges Handyspielen. Was ist das? Das ist doch ein Handyspielen. Das ist ein Handyspielen. Wenn das kein Handyspielen ist, dann... Nee. Das muss ein Handyspielen sein. Das ist ein Handyspielen. Hoffe ich mal. Sonst würde das Layout nicht so aussehen. Und dieses Layout würde dann auch nicht dazu passen. Wie pechner sind die eigentlich? Aber für ein Handyspielen oder ein Mobile-Spielen ist jetzt schöner. Hm. Ah. Sieht ein bisschen komisch aus. Ja, das kannst du jetzt nicht mit PC-Krafik vergleichen. Ja, aber ich kann besser in die Spiele. What the fuck? Wacken Kruppadiel und dann... What the fuck? Thank you. Pfff. Ich weiß, ob ich ein bisschen spülen Kopfschmerzen... Wenn du weißt... Guck, guck dir das jetzt an! Yes, endlich. 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 It's time. Korruption! Nigga. Warum haben sie da nicht hier Blatter genommen? Is left on its entire nation. It has the power to take our breaths away. Hippies. Überall Hippies. Dass ich früher gejubelt habe... Find ich voll krass, Alter. Was die für kurze Hosen hatten. Mhm. Die Männer und die Frauen. Alter Pili, krass! Yo, was n' geiler Schuss! Skiller und so! Aber früher waren das ja auch noch die Zeiten, wo Neger nix pften. Und wenn Neger ein Tor geschossen hat, alle. Das war ja so klar. Wie geil ist das denn? Völlig persönlich! Find' ich geil irgendwie. Kenn' ich gar nicht. Puh! So I've got a really sore face, I've been spending a bit of time chatting and I... My face has been grinning too much. Anyway, we wanted to get you here because you've got some amazing stories to tell. And you told me one earlier today about when you went to New York and how you coined the phrase the beautiful game. Would you share it with everyone here? No, first of all, thank you for the beautiful welcome. That is the family of the sport, the family of football. Was hat das eigentlich mit den Spielen zu tun? So ein Fußballspieler? Es geht jetzt um Fifa. Fifa ist langweilig. Aber es kann auch daran liegen, dass ich vielleicht kein Fußball mache. Und dann... Und dann... Some... Players sagen... Oh, this is a beautiful game. Und ich sage... The beautiful game... The Jogo Bonito... Is... Soccer... Soccer... Boah, erstmal wieder... Im Stream Neuladen. Der Lecks ging er grad gar nicht. Und dann... Es gab... Ich sage... Das habe ich gesagt, Amerika Fußball ist zu viel... Es ist zu viel... Es ist zu viel... Es ist zu viel... Und ich habe mich은... Das Quellen heißt... Es ist zu viel... Und dann... Das ist die Grund, die wir sagen... Dasuctue ist auch... Diese Brемся... Die Br inift ist ein... Das war ein... Danke... über wie die Phrase kommt, um Fußball oder Soccer zu representieren. Und wir wollten wirklich die Idee von der Entzündung und der Flair aus dem Spiel und es in FIFA, was die Team gearbeitet hat. Aber die andere Sache, die ich wirklich wollte euch fragen, ist, wenn du über die schöne Momente in den Spiel, und über die Reaktion des Spiels, was du denkst, Topf? Puff, besser. First of all, we have to be very careful when you see the game, one was in the game, yeah. Because when we stay in the game, ja, ein Video sah anders aus. Lot of emotion, lot of a singer have, you know? I think... Also der andere nicht bis zum Sonnensprossen? I score a lot of go bicycle. Is a beautiful bicycle kick, you know? Is a... When you dribble one, two... But, the most difficult goals, who I scored in my life, was the penalty kick. You know? You remember? I gonna tell for the youngest. When I scored one thousand goals, it was a big party, you know? The whole Brazil waited. I... I thought, okay, oh god. Maybe I gonna make up go by head, go by bicycle, beautiful work. Then it was a penalty kick. David. Yes? Thank you. But it was more difficult. But it was more difficult. No moment of my life. Because... I put the ball... Oh my god. Oh my God. I got a penalty kick. But it was more difficult for me. Fuck you. Oh my god. I got a penalty kick. But it was more difficult for me. Fuck you. Yeah. It could be a single moment, or it could be everything strong together. Defender of the moment. For example, I have in my car here, I have a lot of moments. For example, my first World Cup. I was with 16 years old to 17. You know? In Brazil. You know... You play... You know... Sweden. And then... It was... It was... It was... Everything was new for us. And all Amis in the public are like, Why is Freeman on the screen? Not bad. It was... Morgan Freeman. I went there... The girls... From Sweden... To the brown girls... They all look good. I didn't understand well... My older players... Because we have interpreted... It was the different... No emotion... Because it was completely different. Fortunately, Brazil won the World Cup. You know? I was 17. It was a different moment. Amazing. So I think you can probably sit here... Forever. You talk about beautiful moments. This is a really beautiful moment for me personally. Thank you so much for coming here. I'm sure everyone is amazed by us. Thank you. Thank you. And, in this place... You're welcome. You're welcome. Thank you. Yes. Kevin. This year, obviously, we want to innovate across the entire pitch. We have tons of innovations in our gameplay this year, but we also want to help you compete at a higher level and also give you new ways to play. And each of these massive pillars within the game has been built with the millions of FIFA fans out there in mind. So, let's get to the pitch and see the most balanced FIFA yet. When playing the game, you want confidence in defence. You want to be able to defend with purpose and backbone. So, in FIFA 16, all new defensive agility gives you the mobility you need to track skilled players, especially when they're on the break. And teams really win when they defend as a unit. So, this year, you'll have better defensive shape on the pitch to help break down attacks and counter-attack when you win the ball. And in the middle of the pitch, you'll control the midfield, the battleground of any great match. Interception intelligence helps shut down options and close dangerous passing channels. And on the counter, passing with purpose lets you play sharp passes to slice through defenders. It's now a more considered build-up through the midfield, with more options than ever before. And in the final third, you want more moments of magic, more skills, better dribbling, all so you can create menacing attacks. And sometimes the best touch is the one that you don't take. So, we've captured the movement of today's best player to bring you no touch dribbling. Free yourself from the ball to buy time, create separation and blow by your defender, just as Messi does when he's at his best. Messi, 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 Messi. And when you're in on goal, clinical finishing helps you create those wow moments, only FIFA can deliver. From box to box, from sideline to sideline, we're innovating across literally every- Oh no, I don't want to do that. You can play your way. And for every fan, we've given you the ability to compete at a higher level. Whether you're new to FIFA or play every season, FIFA Trainer will help dial up your game, no matter. Oh, who is the type so sympathisch, der das präsentiert. Oh no, I don't want that. I don't want that. You can set up or set up. For the first time ever in the FIFA franchise, women's teams are in the game. We've been working on this for years and it's at the level of authenticity that FIFA is known for, thanks to our motion capture technology and our body and facial scanning. And our gameplay engine and physics engine give us the right platform to build out player-specific models and animations specific to the best female athletes in the world. It's huge news for the franchise and something myself and the FIFA team are immensely proud. So, a balanced experience across the whole game, innovation across the entire peak, complete at a higher level and new ways to play. And that's just the start. We have news on the rest of the game throughout the summer as we continue to make FIFA 16 a beautiful experience. And finally, I know it's unforgettable, I just want to remind you that Pele was on stage with me about three minutes ago. How crazy was that? But, now to commemorate this huge moment, along with Pele and our friend Leo Messi, we're dropping a special item into the account of all our loyal FIFA 15 ultimate team players. So, go check it out at the end of the press conference and let's take a look at the beautiful game in FIFA 16. And finally, the trailer. Go, 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 go. Dude, that's in-game? Cool, now the Borussia... ...and I'm not in FIFA 16. ...and I'm not in FIFA 16. The game that brings us together. Where's the Intertech Arena? Where's the World War II? Where's the World War II? Where's the World War II? Oh, I'm not in FIFA 16. Oh, the! Oh, I'm out of FIFA! Dude, not now. Hm. Oh. Oh. Uhhh HAH OOOOOW Alter Warum kommentiert das an Russen? Spielen Russen überhaupt Fußthold? Das kommentiert Pelé, das sind brasilianer Wir sind wie so ein Russe. Alter, relax, die Fehler! Alter, das ist unglaublich. Boah, alles nervt. Gleich erst mal EA. Alter, das geht ja richtig ein auf den Sack. Das ist nicht nur bei mir, ne? Boah, gerade ein Stammbildschirm bei diesen schwarzen Typen. Ach, der kommentiert das. Hm. Spielforce 16. Ach so, jetzt ist es nicht mehr Feel the Game, Play Beautiful. Alter, das ist der Durchgang nur noch am Längen. Guck erst mal auf die Zahl unten rechts, wie viele Leute gerade zu gucken. Das geht gar nicht. Ich will, ich mach da mal was. Le, 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 le! Erst mal ein trauriges Smiley reinhauen. Geil. Geil, Alter. Ist es gerade abgeschmiert? Ja. Der ganze Stream ist jetzt... ...down. Jetzt machen sie wahrscheinlich dagegen was. Ha, ha! RIP! Oh, jetzt sieht das Knaller aus. Der ist auf die Pflege. Finde ich so ein bisschen frech. Aber Twitch ist, glaube ich, überfordert. Hast du noch eine Werbung reinhauen können? Mhm, Twitch ist überfordert. Ah, 320.000 Zuschauer. Twitch ist überfordert. Der bleibt ja nur noch. Bei mir... Bei mir steht nur noch die Werbung. E3 live powered by Twitch. Ah, ist es offline. Ah, der Stream ist offline. It's offline, bitches. Tja. Bei mir ist er online. Bei dir ist er online. Mal restarten. Oh, jetzt ist es 15. Er ist so gut wie online. Ist es Mirage? Das Spiel finde ich voll geil. Überall, ne wirklich? Glaube ich nicht. Bei mir... Startet der Stream nicht mehr. Schade, Romy. Alter, wer atmet denn da so krass ins Mikro? Hallo. Gabriel. 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 Ich atme doch nicht so krass ins Mikro. Was? Wie? Twitch ist bei mir offline. Alter, Gabriel. Ja, ist okay. Was? Februar? Bei mir ist er Stream offline. Spiels für cool. Bin ich gebannt? Ja, du bist gebannt. Ja, du bist gebannt, glaube ich auch. Bei mir laggt der Stream, aber nur der hakt ständig. Bei mir läuft er grad richtig flüssig. Oh, nur noch 50.000 Zuschauer? Yay! Ja, echt. Von über 300 auf 90.000 bei mir. Ja, Twitch ist da umgegangen. Mal gucken, wo ist... Wo ist hinten bei Rocket Beans? Alter, sieht das Spiel immer wieder geil aus. Bestimmt das bei denen... schon wieder diese... Glasscheiben runterhauen. Wenn sie die zerschießen. Das verletzt es ja aber nicht so. Ah cool, jetzt läuft der Stream bei mir auch. Hey! Alter, wie geil das passiert. Wie geil das Spiel aussieht. Mann, ist du mir leid. Komm nicht mal rein. Ich liebe dieses Spiel einfach, weil das einfach so geil aussieht. Alter, der E3 hat insgesamt 800.000 Zuschauer. 800.000, Alter. Wie der Stream E3 oder was? Nein, allgemein E3. Alle die E3 streamen. Lol. Aber Twitch geht auch gerade total down. Man merkt das so richtig. Selbst die EA-Pressekonferenz von EA ist offline. Offline. Ah, die Servers sind überlassen. Oh, ich komm mich schon selbst auf Februar. Kann mir mal... Wird das nicht los? Genau bei EA, ne? EA hat schon die Arsch gerade gezogen. Portfolio geht jetzt ab. Und zur Games kommt zeigt sich dann das erste Mal Ultimate Team. Scheiße. Warum gibt's eigentlich keine Fernsehübertragung? Hm. Na ehrlich, warum wird der Videopreis im Fernsehen übertragen, aber... Wird der im Fernsehen übertragen? Ja, auf dem ersten. Der wird Videopreis. Ja. Der war auf 1. Wohl auf dem ersten. Ach krass. Wusste ich gar nicht. Naja. Hm. Hm. Peterle ist auch fit da gewesen. 849.256 Zuschauer insgesamt. Ja, jetzt endlich. Bitte bitte ich jetzt auch ein Pop-up, dann ist alles gut. Weil dann hab ich dich lieb. Boah, ich schau mich schon auf Mirror Edge, den Teil. Ich krieg das nicht im Pop-up geöffnet. Was ist das denn für ein Scheißdreck, ey? Boah, der leckt wieder. Du musst ein paar mehr den Server aufmachen. Ja, der ist bei mir jetzt schon wieder offline. Wir machen jetzt kurz Musik an. Jetzt zäh das einmal mal, dein bestes Internetnix. Ich bin von der 7000er Leitern. Okay, schon ein bisschen lustig. Hier ist läuft er wieder. Ich geb ihm ein Pop-up. Pop-out, wie auch immer. Wir sind mal ein bisschen seltsam aus. Wir sind mal ein bisschen seltsam aus. Wir sind mal ein bisschen seltsam aus. Ich will doch nur Battlefront sehen, ey. Und denke ich auch sofort auf in der Kuppel. Boah, ich bin vorhin fast eingeprennt hier. Boah, ich auch. Dann hab ich erstmal in Lauslande gehört. Das glaub ihr gar nicht. Ich war so fucking müde. Wir sind nicht so müde. Sie schlafen gestern, oder wie? Ich würde am liebsten einfach nur noch jetzt schlafen. Ich auch, aber ich will auch Battlefront sein. Ich bin ja schon der Zeit... Kann ich mal richtig zählen gerade. Ich bin seit... 1-2 Stunden ist wach. In der finalen Runde, Legends all over the board here. We all love Legends. What did you decide? Well, look. You got the obvious quarterback choice there. But you got a couple of Hall of Famers. You got Derek Brooks and John Randall. Exceptional Defenders. But in the end, I needed that quarterback. So I go Randall Cunningham. He's got the big arm and the perfect fit to throw that ball downfield to Megatron. Okay. Ah, in der Zeit guck ich 5 Gammeln Let's Play Video. So. Alright, once you've nailed the draft, this is where Man takes fantasy to another level. So, man, ich freu mich morgen auf deine Latzhose. Kannst du mich mal kreuzweisen. Wieso? Oh. Nein. Anzeige. Ich freu mich auch. Anzeige ist raus. Und dann ziehst du ein roses T-Shirt da drunter. Mhm. Und die rote Cappy. Mhm. Und Tinder ist gleich in grün. Mhm. Hat er auch eine grüne Cappy? Mhm. Der hat sogar eine bessere Cappy als ich. Also von der Farbe her. Bei meinen ist er hier noch vorne so ein bisschen blau. Und bei ihm ist das alles grün. Aber meine war teurer. Meine sieht auch viel geiler aus. Ich freu mich jetzt schon wieder auf den Superbowl. Ich mich auch. buddy-relative throws,�� mit dir die Chance, zu leaden Ressorts high above, durchswerden die defender durch ein limbschen. Oder. Throw low. On a curl route. Pull the defender. Protecting both the ball. And your receiver. As an example. If Russell Wilson would have used a body-relative low throw. To end the Superbowl. We'd probably be referring to the Seahawks as a 2-time defending champion. Seahawks. Kets. Ketschers in the NFL never seems so amazing. They're one of the most exciting and dynamic plays in any sport. Als Receiver, könnt ihr jetzt von einem der drei neuen Catch-Typen wählen, um die Komponente zu gewinnen und ihr Fahrrad zu halten. Erstens, ein Possession-Catch wird die Chance erhöht, um diesen kritischen 1. Down zu gewinnen, aber nicht zu verabschieden. Erstens, ein Rack, ein Run-After-Catch. Verabschiedet ihr Routes, damit ihr könnt extra Yards zu gewinnen, nach dem Catch. Alter, Capri, was ist denn los heute mit dir? Wieso, was ist denn? Er hat mir so voll krassen Spiegel heute. Capri Blizzert heute gerne. Nein, ich hab mein Mikro ziemlich weit unten, das heißt unter meinem Nasenluftstrom. Soll ich's da wegnehmen? Wär sehr nett. Gärts besser? Ja, dankeschön. Wär nicht nötig gewesen. Ich freu mich ja schon, wenn's nochmal richtig warm wird, wenn Capri sein Ventilator rein holt. Dann hört ihr schon. Krissi, 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 Krissi ist so behindert. Ich hab vor, äh, für Peppert ein Screenshot hochgeladen. Vor mein Fadenkreuz. Krissi hat das schon wieder bewertet. Krissi ist so ein Stalker. Krissi, mein Gott. Krissi, mein Gott. Krissi, mein Gott. Ich mein Ding. LOL wassup? wir streamen gar nicht mehr wir wurden offline genommen wahrscheinlich weil wir zu viele Leute gestreamt haben ohne irgendwelche Leute